Die Nacht der Talente im Rahmen der Einkaufsnacht Weithofen war voll Rhythmus, süßer Herzen, Spaß, Flirt und vor allem voll Vielfalt. Genuss in allen Gassen der Stadt und viel Musik, denn wo man musiziert, da lass dich ruhig nieder. Die Talente aller Künste waren zugegen und bereiteten den Besuchern Überraschungen ohne Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Gerlinde Weiß platzierte ihre Skulpturen neben den Bildern der Hausherrin Uli Fink. Eine Jury kürte die Talente der Nacht. Das sind Kunstwerke. Darunter Andreas Reiter, der mit seiner Kunst Gemüse veredelt. Platz 2 ging an die georgische Virtuosin Tata Asatjani Aigna. Und Platz 1 ersangen und erspielten sich Matthias Bramauer und Anna Eichhorn mit einfühlsamen, fragilen Songs aus den Alternativbereichen der Musikwelt. Die Hitparade ist nicht ihres und das haben die Menschen honoriert. Die Hitparade ist nicht ohne, damit sie immer nicht missatauchen hören und ihnen ausgespielt, Untertitelung. BR 2018